Und heute führen wir ein ganz neues und sehr grundlegendes Konzept der Quantenphysik ein, das Konzept der Verschränkung. Das ist etwas, wofür es klassisch keinen Gegenpart gibt. Also das ist auch sehr unintuitiv und ein Konzept, mit dem viele zunächst Schwierigkeiten haben, weil es so ungewohnt ist. Um das so ein bisschen zu motivieren, möchte ich nochmal zukommen auf das Thema der letzten Woche, die 2-Kubit-Gatter und speziell das Synod-Gatter. Und wir hatten ja gelernt, wie das Synod-Gatter sich verhält, wenn sie Basiszustände eingeben, also sowohl im Kontroll- als auch im Target-Kubit, wenn das Basiszustände sind. Dann war klar definiert, wie dieses Synod-Gatter operiert. Wir bleiben auch dabei, dass das Target-Kubit in einem Basiszustand sein soll. Hier Basiszustand 0. Aber jetzt setzen wir mal das Kontroll-Kubit auf einen Nicht-Basiszustand, nämlich konkret den Plus-Zustand. Was passiert dann? Was für ein Zustand kommt dann hinten raus? Naheliegend wäre es zu sagen, naja, das Kontroll-Kubit ist dann hinterher in irgendeinem Zustand und das Target-Kubit ist hinterher in irgendeinem Zustand. Also Psi und Chi. Und dann können wir mal überlegen, ob es solche Zustände gibt und falls ja, wie diese Zustände aussehen. Diese Situation, wo Sie also zwei Kubits haben, von denen jedes Kubit für sich in einem eindeutigen Zustand ist, in diesem Fall Psi und Chi, diese Situation, in so einer Situation spricht man davon, dass die beiden Kubits in einem Produktzustand sind. Also der Zustand von beiden Kubits ist ein Produkt von dem Zustand des einen mit dem Zustand des anderen. Die Frage ist, erstmal ist das überhaupt ein Produktzustand, was hinten rauskommt? Also lässt sich das in der Form überhaupt schreiben? Falls nein, dann erübrigt sich die weitere Frage. Falls ja, könnte man darüber nachdenken, wie Psi und Chi aussehen. Ich will noch mal in Erinnerung rufen, wie das CNOT-Gatter auf die Basiszustände wirkt. Hier sind jetzt mal drei von den vier möglichen Fällen nochmal gezeigt. Also die Inputs sind Basiszustände und rechts sehen Sie die Outputs des CNOT-Gatters. Und als wir das Konzept der Transformation eingeführt haben, da hatte ich ja, wenn Sie sich erinnern, das war jetzt zunächst für ein einzelnes Qubit. Da hatten wir uns Transformationen bildlich so klar gemacht, als Operationen auf dem Kreis. Also Sie haben einen Zustand auf dem Kreis, einen Punkt, grafisch, und dieser Punkt wird entweder gedreht oder an einer Achse gespiegelt. Und Transformationen waren dadurch ausgezeichnet, dass wenn Sie zwei Zustände haben, also visualisiert durch zwei Punkte auf dem Kreis, und die beide derselben Transformation unterwerfen, also Sie beide drehen oder beide spiegeln, dann bleibt der Winkel zwischen den beiden erhalten. Das war eine Möglichkeit, anschaulich zu formulieren, was eine Transformation ist. Also eine Transformation ist in diesem Bild eine Operation, die Winkel erhält und außerdem reversibel ist. Dann haben wir das damals auch noch so ein bisschen allgemeiner formuliert und gesagt, naja, wenn die Winkel erhalten werden, dann bleiben in der Konsequenz auch bedingte Wahrscheinlichkeiten erhalten. Also wenn ich jetzt einen Zustand habe und eine Messachse, und die sind in einem bestimmten Winkel zueinander, ich führe eine Messung durch des Systems an der Messachse, dann bekomme ich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit den einen Ausgang, mit der anderen Wahrscheinlichkeit den anderen Ausgang. Wenn ich jetzt Transformationen ausführe, dann drehe ich sowohl den Zustand als auch die Messachse. Der Winkel bleibt gleich und in der Folge bleiben auch die Wahrscheinlichkeiten gleich. Und diese zweite Eigenschaft von Transformationen, die transferieren wir jetzt auf die Situation mit zwei Qubits. Und dann sagen wir auch, wir haben eine Transformation und in dem Fall haben wir das C-Node-Gatter. Das C-Node-Gatter ist eine Transformation. Wir haben unterschiedliche Inputs hier und wenn Sie zwei unterschiedliche Inputs nehmen, dann gibt es relative Wahrscheinlichkeiten, die Sie mit diesen beiden Inputs berechnen können. Und auf der rechten Seite haben Sie Outputs und dann gibt es auch relative oder bedingte Wahrscheinlichkeiten. Und die müssen gleich sein. Die müssen erhalten bleiben unter der Transformation. Machen wir das mal konkret. Vergleichen wir mal die Situation ganz oben mit dem Pluszustand für das Kontrollquubit mit der Situation unmittelbar darunter. Da haben wir jetzt zwei Basiszustände Null als Input. Und jetzt können wir die, also in Bezug auf die Inputs, können wir die bedingte Wahrscheinlichkeit berechnen. dass gegeben der obere Input plus minus, also dieser Inputzustand, dass wir bei einer Messung den Inputzustand darunter vorfinden, nämlich Null, Null. Das ist jetzt in der Gleichung, die hier gezeigt ist, ist das der mittlere Ausdruck. Das ist die Wahrscheinlichkeit für Null, Null gegeben plus Null. Ja, also Input ist plus Null, wie oben gezeichnet. Und wir fragen nach der Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einer Messung in der Standardbasis die Ergebnisse Null, Null bekommen. Und das entspricht dem Input in dem zweiten Ball von oben. Diese Wahrscheinlichkeit, die können wir direkt berechnen. Das ist einfach ein Produkt. Das ist die Wahrscheinlichkeit für Null im Zustand Plus mal die Wahrscheinlichkeit für Null im Zustand Null. Also wir können die beiden Qubits separat betrachten. Wahrscheinlichkeit für Null im Zustand Null ist natürlich 1. Wahrscheinlichkeit für Null im Zustand Plus ist 1,5. Also damit haben wir die rechte Seite der Gleichung. Und das stellen wir jetzt gegenüber den Outputs. Der Erhalt der Bedingtenwahrscheinlichkeit erfordert, dass dann auch gelten muss, dass die Gleichung im Output-Zustand Psi-Chi, also in dem oberen Szenario, müssen wir dieselbe Wahrscheinlichkeit bekommen für die Messung, für das Messergebnis Null, Null bei einer Messung in der Standardbasis. Also das müsste gleich sein, eben was auf der linken Seite der Gleichung steht, Wahrscheinlichkeit für Null, Null im Zustand Psi-Chi. Also mit dieser Forderung, was folgt daraus? Wenn wir jetzt mal das äußerste linke Ende der Gleichung lesen und sagen, das muss dann ein Halb ergeben, heißt das ja, weder Psi noch Chi dürfen im Basiszustand 1 sein. Denn wenn das so wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit Null. Also das ist eine erste Schlussfolgerung aus diesem Vergleich. Jetzt vergleichen wir als nächstes die obere Situation mit dem dritten Szenario, wo wir also als Input haben die Basiszustände 1,0 und als Output 1,1. Und wir machen genau denselben Vergleich. Wir sagen jetzt wieder, bedingte Wahrscheinlichkeiten müssen gleich sein für Input und für Output. Also in diesem Fall lese ich es jetzt ja gleich mal von links nach rechts. Bei den Outputs Wahrscheinlichkeit, dass wir 1,1 messen. Wenn wir den Outputzustand Psi-Chi haben, muss gleich sein der Wahrscheinlichkeit, dass wir 1,0 messen. Das ist ja der Input. Wenn wir als Input plus Null haben. Das ist auch wieder ein Halb. Daraus folgt, weder Psi noch Chi dürfen der Basiszustand 0 sein. Denn dann wäre ja die linke Wahrscheinlichkeit 0. Also, wir haben jetzt schon mal gelernt, Psi und Chi dürfen beide keine Basiszustände sein. Dürfen weder 0 noch 1 sein. Und jetzt kommt der Vergleich mit dem dritten Schaltkreis. Da haben wir jetzt wieder die gleiche Argumentation. Nur ist es so, wenn wir jetzt bei den Inputs schauen, da haben wir dann Wahrscheinlichkeit für Messergebnis 0,1 gegeben Input plus Null. Wenn wir das faktorisieren, dann haben wir die Qubit für Qubit, haben wir Wahrscheinlichkeit für Null im Zustand Plus mal Wahrscheinlichkeit für 1 im Zustand Null. Weil diese Wahrscheinlichkeit ist Null. Das heißt, die rechte Seite der Gleichung ist jetzt Null. Und die linke Seite der Gleichung, das ist bei den Outputs, da haben wir Wahrscheinlichkeit für das Messergebnis 0,1 für den Messergebnis 0,1 im Outputzustand Psi Chi. Wir haben also zusammengenommen das Resultat, Wahrscheinlichkeit für 0,1 im Output Psi und Chi. Das muss verschwinden. Das wiederum bedeutet, das ist nur möglich, wenn entweder Psi im Basiszustand 1 ist oder Chi im Basiszustand 0. Aber Sie sehen schon, alle drei Schlussfolgerungen widersprechen einander. Die oberen beiden sagen, es können keine Basiszustände sein. Der letzte Vergleich zeigt aber, damit es verschwindet, muss mindestens einer von den beiden Output-Zuständen ein Basiszustand sein. Also führt das zu einem logischen Widerspruch. Daraus lernen wir, der Output-Zustand in dem oberen Schaltkreis kann kein Produktzustand sein. Es ist unmöglich, nach diesem Synodgatter den Qubits separat eindeutige Zustände zu verordnen. Was da herauskommt, es muss ein echter 2-Qubits-Zustand sein, der sich wirklich auf beide Qubits gleichzeitig bezieht und den man nicht trennen kann in Zustände für die einzelnen Qubits separat. Das ist klassisch natürlich völlig ungewohnt. Und einen solchen Zustand nennt man verschränkt. Das ist jetzt nicht nur auf dem Papier so, sondern diese Zustände, die gibt es tatsächlich. Wir haben jetzt leider bei uns im Labor keinen Versuchsaufbau, der es uns erlaubt, hier so einen Zustand zu produzieren und vorzuführen. Prinzipiell kann man das machen. Aber wir werden das dann im Simulator anschauen und mit diesen verschränkten Zuständen arbeiten und Sie werden sich ein bisschen mit denen vertraut machen. Also wir schließen daraus. Hier ist es nochmal gezeigt, was da rechts rauskommt, dieses Fragezeichen, diese Wolke. Das ist tatsächlich eine Wolke in dem Sinne, dass man es nicht auflösen kann in Zustände für die einzelnen Qubits. Wir können jetzt hier vielleicht mal ein paar Eigenschaften dieses Wolkenzustands, dieses verschränkten Zustands schon untersuchen. Dazu wiederholen wir die Argumentation von eben mit den bedingten Wahrscheinlichkeiten, nur dass jetzt auf der im ersten Ausdruck dieser Gleichungen auf der rechten Seite eben nicht mehr Psi-Chi steht, sondern da steht jetzt dieses Fragezeichen, dieser Zwei-Qubit-Zustand. Und da stehen jetzt die gleichen Gleichungen wie eben. Also Wahrscheinlichkeit für 0,0 in diesem verschränkten Zustand muss ein Halb sein. Wahrscheinlichkeit für 1,1 in diesem Zustand muss ebenfalls ein Halb sein. Wahrscheinlichkeit für 0,1 muss 0 sein. Und daraus können wir noch eine weitere Wahrscheinlichkeit direkt ableiten, denn wenn ich auf zwei Qubits in der Standardbasis Messungen durchführe, dann gibt es nur vier mögliche Kombinationen von Messausgängen. 0,0 0,1 1,0 und 1,1 und die Wahrscheinlichkeiten für diese vier Möglichkeiten müssen sich zu 1 aufaddieren. Jetzt sind drei von denen hier schon aufgelistet. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeiten für die drei aufaddieren, sind wir schon bei 1. Bedeutet, die vierte noch verbleibende Möglichkeit, nämlich die Wahrscheinlichkeit für 1,0, die muss 0 sein. Und wenn Sie jetzt insbesondere auf die zwei letzten Wahrscheinlichkeiten schauen, also für 0,1 und für 1,0, erkennen Sie, die sind beide 0 und das heißt, die Messergebnisse sind perfekt korreliert. Also wenn Sie auf dem einen Qubit in der Standardbasis 0 messen, dann müssen Sie zwingend auf dem anderen Qubit auch 0 messen. Denn für die Kombination 0,1 gibt es keine Wahrscheinlichkeit. Das ist die Wahrscheinlichkeit 0. Umgekehrt, wenn Sie auf dem einen Qubit 1 messen, müssen Sie zwingend auf dem anderen Qubit dann auch 1 messen. Also es ist perfekt korreliert. Zumindest, was die Messungen in der 0,1 Basis, in der Standardbasis angeht. Das für sich alleine genommen wäre jetzt noch nichts Unmögliches in einer klassischen Theorie. Es könnte noch folgende Situationen geben. Ich habe in dem Gatter so eine Art Zufallsgenerator, der mir mit Wahrscheinlichkeit 1,5 den Produktzustand 0,0 generiert und mit Wahrscheinlichkeit 1,5 den Produktzustand 1,1. Das wäre dann im engeren Sinne auch keine Transformation mehr. Also das geht aus verschiedenen Gründen nicht, aber das könnte man sich vielleicht klassisch so hilfsweise vorstellen. Ich weiß also nicht, in welchem Zustand die beiden Qubits sind. Ich weiß aber, okay, mit Wahrscheinlichkeit 1,5 sind sie im Zustand 0,0 Wahrscheinlichkeit 1,5 im Zustand 1,1 und dann wäre es so, wenn ich jetzt an dem einen Qubit eine Messung durchführe und finde eine 0, dann weiß ich, das andere muss auch in der 0 sein und genauso bei der 1. Also das könnte man klassisch noch irgendwie verstehen. Vielleicht. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht, wenn wir in der Plus-Minus-Basis messen. Also zu diesem Zweck müssen wir jetzt die Situation oben, wo wir den verschränkten Zustand bekommen, vergleichen mit Referenz-Schaltkreisen, wo die Inputs beide Plus- oder Minus-Zustände sind. Und da hatten wir ja zumindest für den ersten letzte Woche mithilfe einer Gatter-Identität mit dem kontrollierten Z schon herausgefunden, dass dort das CNOT-Gatter dann den Zustand erhält. Also dann kommt Plus-Plus wieder raus. Und man kann mit dem gleichen Trick mit derselben Gatter-Identität kann man auch die Outputs für die beiden anderen Schaltkreise bestimmen. Und da kommen dann raus Minus-Minus beziehungsweise Minus-Plus. Also in dem Fall haben wir tatsächlich Produktzustände im Output. Das sind keine verschränkten Zustände. Die Verschränkung oben, die kommt wesentlich dadurch zustande, dass wir eine Mischung haben im Input. Wir haben einen Zustand aus der Plus-Minus-Basis, wir haben einen Zustand aus der 0-1-Basis. Wir haben also unterschiedliche Basen gemischt und das ergibt dann die, das führt dann zu der Verschränkung. Und jetzt gehen wir die gleiche Prozedur wieder durch und analysieren die bedingten Wahrscheinlichkeiten und fordern, dass die erhalten sind. Also gleiche Logik wie eben, nur dass wir also anstelle von 0 und 1 haben wir dann Plus und Minus in diesen Gleichungen. Und dann kommt dann raus als erstes Wahrscheinlichkeit von Plus-Plus in diesem verschränkten Zustand muss ein Halb sein. Durch Vergleich mit dem zweiten Schaltkreis kommt heraus Wahrscheinlichkeit für Minus-Minus muss ein Halb sein. Dritter Schaltkreis Wahrscheinlichkeit für Minus-Plus muss Null sein. Und auch hier wieder sagen wir die Summe aller Wahrscheinlichkeiten muss 1 sein. Eine Kombination bleibt noch übrig, nämlich die Plus-Minus-Kombination. Deren Wahrscheinlichkeit muss ebenfalls Null sein. Was schließen wir daraus? Schauen wir uns wieder die zwei letzten Wahrscheinlichkeiten an. Wahrscheinlichkeit für Minus-Plus und Wahrscheinlichkeit für Plus-Minus verschwinden beide. Das heißt wenn wir an einem Qubit in der Plus-Minus-Basis messen und Plus herausbekommen muss bei einer Messung in derselben Basis auf dem zweiten Qubit ebenfalls Plus rauskommen und genauso umgekehrt. Wir haben also wieder eine perfekte Korrelation und diesmal aber in der Plus-Minus-Basis. Und das lässt sich jetzt klassisch nicht mehr irgendwie nachvollziehen. Also selbst in diesem Modell von eben wo wir gesagt haben naja vielleicht ist es ja so dass CNOT-Gatter das produziert also mit 50% Wahrscheinlichkeit im Produktzustand 0,0 mit 50% Wahrscheinlichkeit im Produktzustand 1,1 damit hätten wir noch die perfekte Korrelation erklären können bei einer Messung in der 0,1 Basis aber hier funktioniert schon nicht mehr denn wenn sie jetzt sagen wir mal in dem Fall sind dass das CNOT-Gatter den 0,0 Zustand produziert hat und jetzt messen sie in der Plus-Minus-Basis dann kommt auf dem ersten Qubit mit Wahrscheinlichkeit halbe-halbe plus oder minus raus auf dem zweiten Qubit ebenfalls plus oder minus mit Wahrscheinlichkeit halbe-halbe das heißt es gibt eine nicht verschwindende Wahrscheinlichkeit dass die Messergebnisse unterschiedlich sind auf den beiden Qubits und das widerspricht aber dieser perfekten Korrelation von 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 Vielen Dank.